Auf geht ihr Karpfenangler! Ab an den Bärensee, schön kleine Spots suchen, wo noch ein bisschen was geht und im Idealfall eben auch so, dass man so als angehender Karpfenangler auch noch erfolgreich ist. Ja, es bimmelt auch schon los und ich habe jetzt hier so zwei, drei Stellen mir am Bärensee gesucht und mit der Spotrot eben auch abgesucht und habe jetzt gerade hier die Stelle entdeckt, wo hier vorne in dem Bereich komplett, das ist hier alles grünlicher Bereich hier, dann hier vorne, das ist alles noch grün, also grasiger Untergrund und hier ist so ungefähr die Grenze und dann geht das hier oben in dem Bereich, da ist dann alles auch schon wieder ein bisschen schlammig. Das heißt, ich habe hier, ja ich sag mal so zwei Übergänge auch zwischen schlammigen Bereich und grasigen Bereich oder lehmig ist es glaube ich erst, weil da hinten wird es dann schlammig, da ist so ein bisschen schlammig, dann da an der Schilfkante, da ist dann wieder lehmig. Also ich habe einfach diesen gesamten Bereich hier so ein bisschen abgesucht und speziell hier vorne, das ist eben alles grasiger Bereich und da habe ich gedacht, alles klar, es war gerade ungefähr 23 Grad warm. Ich habe gerade nochmal geschaut, wir haben auch hier nächsten Tage bleibt es auch relativ warm am Bärensee, heißt also eine gute Ecke, um vielleicht relativ nah mit einem nicht ganz so großen Setup, wenn man vielleicht nicht so viel Schnur drauf hat oder eben die Fische am besten schnell rausbekommen will, zack, dass man dann relativ nah eben auch die schönen kräftigen Amure bekommt. Sieben Kilo auf einem leichten Setup macht schon Action, das heißt, wenn du hier mit einem Setup stehst von, ja sagen wir mal 14 Kilo Bremskraft, 15 Kilo Bremskraft auf einer Alpha oder HSV, ballert sowas schon mal ganz gut rein, soll auch, ich meine so ein Amure ist eben auch kampfstark, das ist soweit voll okay. Ich habe jetzt hier gerade einen Clip, das war jetzt vielleicht ein bisschen zu knapp, einen Clip einmal von 10 Metern drin, ich habe noch keine Futtermische drin, absolut keine Futtermische, sondern erstmal blind getestet, einfach mal eine Kartoffel reingeschmissen, dann hatte ich hier auf der zweiten Route Boilies in Kombination mit drin, also eher ein bisschen grasig, das hat nicht funktioniert und weil es so schön sonnig war, habe ich mir gedacht, komm, im Sommer so ein schönes Zitroneneis geht auch immer gut, das werde ich gleich aber nochmal ein bisschen umbauen, denn da habe ich gesehen, da bin ich vielleicht auch ein bisschen groß unterwegs, ich gehe erstmal nur mit einem Einserhaken hier dran, am Bernsteinsee vielleicht auch ein bisschen dicker, Erdbeer hatte ich auch gerade dran, vielleicht nehmen wir jetzt mal hier sowas wie von den Boilies, milchiger Pfirsich, wir fangen einfach mal auch ein bisschen kleiner an, milchiger Pfirsich, milchiger Pfirsich Pfirsich und es gibt doch glaube ich auch noch würziger Pfirsich, genau, machen wir mal diese Pfirsich Kombination, auch noch relativ nah, ich glaube hiermit bin ich bei sieben Metern nur geklippt, relativ nah, wie gesagt nirgendwo irgendwie eine Futtermische drin oder irgendwas in der Art, so, erster Biss auf den Maisbrei, das ist bestimmt eher was kleines, naja, fettiger Rausche mit einem Kilo, schmeckt, lasse ich allerdings auch noch drin, denn ich will ja auch hier, ich sage mal dieses Basiskarpfenangeln so ein bisschen machen, da soll nicht jeder Fisch irgendwie 15 Kilo haben und mich quer durch den See ziehen, oder eben noch mehr, sondern da kann auch gerne mal was kleineres rein, ich würde mich auch über Schleien freuen und ähnliches, vielleicht mache ich da auch gleich noch mal Käse drauf, das ist auch durchaus eine Option, so, raus damit, so, das heißt wir haben jetzt hier vorne, wie gesagt einmal direkt hier in diesen, an den Seerosen in dem Bereich, da liegt ein Köder, direkt daneben liegt dann noch das Mais, dieser Maisbrei und eben jetzt hier mit der Kartoffel, die zuppelt auch ganz aktiv, Kartoffel ballert hier schon wieder ganz gut rein, die ist ein bisschen weiter draußen, also zwischen sieben und zehn Meter in diesem Bereich. Wie gesagt, der ganze Bereich eher vergrast, also klassisch für die Graskarpfen, für die Amure richtig gut geeignet, das kann man sich natürlich dann mit so einer Markerroute, kann man das natürlich immer sehr schön feststellen, das heißt man hat die Markerroute, wirft die raus, geht dann von der Einholgeschwindigkeit runter, gehen wir mal so auf eine sechs vielleicht und dann kurbelt man langsam ein und dann kommt gleich, kurze Pause, genau, häufig eben so eine kleine, so ein kleiner Ruck, dann zieht er sich da irgendwie durch und dann steht jetzt hier schon, Bodenstruktur, pflanzlicher Untergrund stand da gerade, ziehen wir mal weiter, da der nächste, pflanzlicher Untergrund, zack, dann zieht sich das so durch, pflanzlicher Untergrund und wir sehen einfach in diesem ganzen Bereich alles pflanzlicher Untergrund und daher weiß ich eben alles klar, wie ist die Bodenbeschaffenheit und wenn man dann eben noch sich überlegt, gerade die Graskarpfen, wenn es so warm ist, sind dann eben auch eher ufernah unterwegs, kann man das eben schön kombinieren. Dann Kombination wieder, Graskarpfen, warm, also dann eher die eher fruchtigen Köder oder irgendwas, ja was so im süßlichen Bereich vielleicht eher angesiedelt ist, bei schlechtem Wetter und kalt dann vielleicht eher fischig und grün und grasig, aber das klappt ja hier im Moment, sieht das schon alles ganz gut aus, wie gesagt, alles bisher ohne Futtermische und das könnten wir jetzt natürlich noch optimieren. Man kann es wahrscheinlich auch noch zerstören, aber ich glaube, wenn wir so eine Basisfuttermische mal einfach herstellen, entweder ganz klassische Graskarpfenfuttermische, auch wieder was Kleines, ja, hier ändern wir das mal auf Käse, das war ein Amur, also eine Möglichkeit wäre jetzt hier, das zu ändern auf größerem Haken und Maisbrei, also ich kann mir durchaus vorstellen, auch einen 1.0er Haken zu nehmen für Maisbrei, vielleicht sogar einen 2.0er Haken, ich habe immer den Eindruck, dass bei den Breiarten die Fische tendenziell eher ein bisschen kleiner sind, daher ruhig einen etwas größeren Haken verwenden, man sieht das auch immer am Moskite oder sowas, wenn man da mit den, wenn man da auf Giebel und Karauschen ist, das sind ja auch Karpfenarten, da ruhig etwas größere Haken nehmen, wenn man da mit dem Brei unterwegs ist, dann ballern auch die dicken Brocken rein, oder wie gesagt, den Käse und den Käse teste ich mal, Quarkteig wäre vielleicht eine Möglichkeit, Honigteig, absolut eine Möglichkeit, hmmm, Honigteig oder Käse, ich nehme glaube ich erstmal den Honigteig, Honigteig auch immer super sexy, auch natürlich die Chance dann vielleicht hier eine Schleie zu kriegen, und dann ist auch der Einser Haken gar nicht so schlecht. Und Schleie macht immer wieder Bock. So, und das ist eben auch das Schöne, ohne jetzt eine Futtermische zu haben, ist ja der ganze Spot oder die ganze Area jetzt hier, hier sind vielleicht sogar verschiedene Spots, die sich so aneinanderreihen. Das heißt also, hier kann ja, hier vorne in dem Bereich, kann ja eine ganz andere Fischpopulation sein, als eben weiter da hinten. Das heißt, wenn ich jetzt hier eine Futtermische reinballere, erhöht man halt die Chance, vielleicht auf eine Art Fisch, reduziert dann aber vielleicht eine andere. Und im Moment lassen wir das doch einfach erstmal so, wie es ist, gucken uns das noch ein bisschen an. Jetzt ist gerade Nacht, das heißt, es ist ein bisschen kühler. Man könnte jetzt theoretisch sagen, okay, jetzt weil es halt so kühl ist, nehmen wir einfach mal das Ganze und klippen mal einfach auf 15 Meter, werfen mal ein bisschen weiter raus. Zack, da hinten ist es auch tiefer. Bevor wir jetzt hier in der Nacht die ganze Zeit gar nichts fangen, an der immer der gleichen Stelle und immer der gleichen Stelle, nehmen wir die Köder, die wir haben. Den machen wir sogar mal auf 18 Meter, noch weiter da hinten in Richtung dieser Schilfbank. So, genau da. Da war es zuletzt schlammig. In dem Bereich. So, schön wieder straff ziehen. Die Schnur stramm ziehen. Jawohl. Hier auch. So. Und dann lassen wir die beiden so. Ja, auf der Rude tut sich hier die ganze Zeit gar nichts. Da bin ich aber auch echt gespannt. Ich werfe, glaube ich, zum einen mal ein bisschen weiter raus. Auf neun. Na ja, auf der anderen Seite jetzt vom, von den Seerosen. Da hoffe ich jetzt natürlich dann auf die dicksten Viecher. Weil das natürlich auf Boilies, da muss es schon rasseln, ne. Ist ein teurer Köder und da muss es dann sich auch lohnen. Da müssen dann die dicken Brocken reingehen. Was natürlich sonst auch immer wieder klassisch ist hier an dem Gewässer sind, sind halt so Sahne, Kokossahne und sowas in der Art. Aber auch da letzten Endes hat man wieder dieses Süßliche, ne. Aber es ist eben auch durchaus möglich, dass es da noch was Besseres gibt. Das kann man natürlich einfach testen. Ja. Und dann steht man hier und probiert. Verschiedene Köder. Man kann, wie gesagt, ganz viel mit den normalen Basis mischen, mit den normalen Basisködern rumhantieren. Naturköder. Tauwurm könnte man auch machen. Oder Mistwurm. Mistwurm vielleicht durchaus eine Möglichkeit. Tauwurm tendenziell auch da eher, würde ich glaube ich reinschmeißen, wenn es ein bisschen regnerisch ist. Und man vielleicht sogar die Chance hat, auf Barbe oder sowas. Die ballert da auch ab und zu mal rein. Aber auch da eher, wenn es ein bisschen kühler vielleicht ist. Dann, ja bei denen, den Larven nicht zwingend. Made, ja könnte man. Es gibt ja dieses Maggot Rig. Auch das tendenziell eher, wenn es kühl ist. Das heißt, dann ist es hier so ein bisschen proteinreicher. Dann haben wir hier natürlich die Topköder. Ja, man kann, wie gesagt, Honigteig funktioniert. Knoblauchteig könnte man natürlich auch probieren. Maisbrei ist ein ganz großer Klassiker. Erbse und Maiskorn. Eiskorn, Kohlblatt, ja bis hin Kartoffel und Käse. Das sind so die großen, wichtigen Klassiker sozusagen. Die eigentlich hier am Anfang am Bärensee durchweg getestet werden sollen. Wenn man da steht und es funktioniert irgendwas nicht, dann rein damit. Und man sieht aber auch hier schon, auch vielleicht einfach, ganz simpel gesagt, von der Farbe her, hier vielleicht einfach mal gucken, sonnig und hier eher regnerisch. Also grünliche Köder oder so ein bisschen gelblich, eher würzig oder eher süßlich. So diese Unterschiede vielleicht ein bisschen im Kopf haben. Kühle Temperaturen, dann sind die Fische halt eher weiter draußen und vielleicht eher im Tiefen. Und wenn es warm wird, dann kommen sie halt eher wieder ufernah ran. Und ja, suchen sich dann da die Plätze. Ich gucke gerade mal, wo ich denn da hingeworfen habe. Jetzt gucke ich es gerade mal auf der Map an. Ich hätte tatsächlich vielleicht sogar noch weiter werfen können. Das ist ja so ein zweieinhalb Meter Loch. Vielleicht kommt man da sogar noch besser rein. Wobei, wir haben es schon wieder drei Uhr morgens. 23 Meter. Ja, so ungefähr. So. Man sieht es dann auch immer so ein bisschen, wenn man so die Schnur dann sieht, wie steil die Schnur halt so runter geht, ob man wirklich dann in diesem tiefen Loch drin ist oder nicht. Honigteig jetzt vielleicht auch für die Nacht gar nicht so gut. Ich könnte tatsächlich mal ein Kohlblatt reinwerfen oder einfach mal das simple Maiskorn. Wobei, Maiskorn verwende ich gleich hier vorne. Ich ballere mal tatsächlich Knoblauch rein. Auch da hinten auf. Machen wir mal sogar 25 Meter. Wo sind wir? Da sind wir. Sehr dunkel gerade da hinten. Schwer zu sehen. Aber guck mal da. 23 Meter. Zuppelt es auf einmal los. Hier kann ich abstellen. Guck mal da. Also die Fische, die Fische, oh, Alter. Ei, ei, ei. Die Fische sind eben je nach Temperatur in verschiedenen Zonen aktiver und weniger aktiv. Das ist einfach so der große Knackpunkt. Wenn man also an einer Stelle steht und sich denkt, alles klar, es hat doch hier die ganze Zeit funktioniert. Jetzt klappt es nicht mehr. Was hat sich geändert? Wetter verändert sich. Temperaturen verändern sich. Es wird hell. Es wird dunkel. Es wird warm. Es wird kalt. Und das sind eben die großen. Schönes Ding. Schöner Spiegler. 6,5. Ha. Schmeckt. Hehehe. Das sind so die großen Unterschiede. Und die muss man eben auch im Blick behalten, wenn man denn dann die ganze Zeit kontinuierlich was rausziehen will. Bisher in den 18 Minuten, ja, bin ich ganz zufrieden. Es könnten natürlich immer dickere Fische sein. Aber ich würde sagen, so fürs Starten, fürs Anfangen ist das, ja, guck mal hier, zack, next. Und wieder losgelassen. Da war ich zu schnell. Für den Start ist das doch gar nicht so schlecht. Plus natürlich, ich teste. Das kommt natürlich auch dazu. Das hier ist bisher eine Route, die hat noch gar nicht geliefert mit den Boilies. Heißt also, ich werde das jetzt am Tag nochmal wieder probieren. Aber dann so langsam ist auch, ist auch irgendwann Ende. Wenn eine Route nicht liefert, muss man halt was umändern. Drei Stunden hier sitzen und sich denken, ja, aber Kokossahne soll doch hier immer funktionieren. Und es funktioniert aber nicht. Und man macht sich den Kescher nicht voll. Ist halt langweilig. Wer will denn sowas? Und ich habe gerade gesehen, guck mal da hinten, hier geht es ja, geht es ja sogar weiter. Und jetzt guck dir das mal an. Wir sprechen gerade hier über den Lümmel. Da bewegt er sich auch schon. Da muss man auch mal zwischendurch würzigen Pfirsich reinballern. Ein bisschen Pfeffer und dann lüppt der Lachs. Guck mal hier vorne, da sind überall alles noch Seerosen. Das heißt, das ist hier nach da vorne hoch, ist hier noch alles schön ufernah und eine sehr, sehr geile Area. Ich glaube, ich werde gleich, wenn es wärmer wird, auch mal nach da vorne wieder hinschmeißen. Gar nicht so ufernah hier, sondern da mal. Guck mal hier. Auch richtig geil. Ja, wie gesagt, einfach mal ein bisschen rumprobieren und wieder ins Spielen kommen. Karpfen angeln machen. Und nicht nur sagen, ah ja, VK 120, äh, 134, äh, ja, 7 Meter Clip, äh, die Mische, der Köder. Ich bin weg. Hm. Ist natürlich klar, man will, man will natürlich was verdienen. Man will irgendwie auch an Silber kommen. Und es soll ja auch Spaß machen. Und wenn irgendwo so ein Spot rennt, dann rennt der auch. Und dann ist es ja auch sehr geil. Muss man zwischendurch mitnehmen. Aber ich meine, es macht doch genauso viel Spaß. Alter, ich sehe gerade, da hinten geht es noch weiter mit den Seerosen. Das ist hier so ein richtiges Rondell. Einmal, sieht man das hier? Ja. Ja, es könnte, nee, warte mal, hier ist bestimmt die, nee, hier ist die Schilfkante. Nee, dann zieht sich das hier so rum. Also von den Bodenstrukturen ist das nicht. Das ist alles eher tendenziell im flacheren Bereich hier. Dahinter ist, glaube ich, dann die nächste, die nächste Tiefestelle. Wäre auch eine Möglichkeit. Und da ist die nächste Schilfbank. Das ist da. Das heißt, also hier ist die nächste Schilfinsel. Das ist die da hinten. Und wir sind hier in dem Bereich. Das heißt, wenn wir hier weiter werfen, kommen wir auch wieder in so eine tiefe Stelle. Auch durchaus eine Möglichkeit, dann in diese Richtung zu werfen. Hier ist dann alles wieder so ein bisschen tiefer. Also für die Nacht dann da mal vielleicht testen. Oder wie gesagt, hier, das hier ist ja auch eine ganz uralt klassische Stelle. Hier drüben. Einer der klassischen Spots auf der Map. Müsste ich auch mal wieder testen. Auch mit verschiedenen Ködern. Aber wie gesagt, hier und da zuppelt es tatsächlich los hier gerade auf dem Pfirsich. Und da zieht auch was ab. Ist, glaube ich, schon was dran. Wir lassen ihn noch. Zack. Jawohl. Und er hat Bock. Und er hat Bock. Wir haben es noch relativ kühl. Ich lasse die Routen noch da, wo sie sind. Auch wenn es jetzt hell wird. Ja, wobei so langsam lege ich die dann auch um. Langsam lege ich die dann auch um, dass wir die dann auch wieder an der Position hatten, wie sie gerade waren. Aber guck dir das an. Es sind so viele geile Stellen hier, wo man sich hinstellen kann und rumprobieren kann. Vorteil auch bei der Stelle, wo ich jetzt gerade stand. Und es ist ja auch alles relativ ufernah. Eppa. Zehn Kilo Spiegelkarpfen. Nehmt man gerne mit. Schmeckt. Also, man könnte sich hier tatsächlich auch mit der Stippe hinstellen, ne? So. Zack. Ausgeworfen. Also, milchigen Pfirsich lasse ich. Was mache ich denn jetzt für eine Futtermische? Gehen wir darauf nochmal schnell ein. Ich lege die Routen nochmal eben kurz hier vorne hin. Stell nochmal eher alles um auf süßlich. Und dann bauen wir nochmal eben eine klassische, so eine Basisfuttermische, äh, bauen wir nochmal zusammen. Dass wir hier einen Sahaken, was hatte ich gesagt? Komm, wir machen hier mal jetzt den, oder soll ich Maiskorn? Käse. Ich mache mal das Maiskorn dran. Auch relativ nah. Das war jetzt hier schon viel zu weit. Nochmal ein bisschen zurückgezogen. So. Auch hier den Käse. Mache ich auch relativ nah. Das ist jetzt hier gerade ohne Clip, also nur ganz kurz ausgeworfen. Zack. Und dann liegt das schon hier vorne. Und wir sehen, es bimmelt sofort los auf dem Maiskorn. Sofort Action. Richtig geil. Bauen wir aber mal eben schnell eine Futtermische zusammen. Und zwar nehmen wir hier einfach eine Basisfuttermische. Und dann gibt es da eben gute klassische Köder. Wir sind gerade natürlich viel mit Mais unterwegs. Das heißt, wir könnten hier gerne das Maismehl als Basis verwenden. Weizenkleie kann man natürlich gerne verwenden. Im grünlichen Bereich vielleicht auch eher Hanfsamen, Hanfmehl verwenden. Oder vielleicht auch Leinsamen als Basis bis hin zur Erbse. Ich glaube, ich starte hier mal mit Mais als Basis. Dann gucken wir mal eben bei den ganzen Zutaten, bei den ganz klassischen. Wo haben wir denn hier die ganzen Lehm und sowas brauchen wir nicht. Kürbis, Kürbis, Mais könnten wir als Zutat auch nochmal mit reinnehmen. Ich verwende gerade erstmal nur diese Basiszutaten hier. Und gar nicht irgendwie viel mit geschredderten Sachen oder weißt du, irgendwelchen Boilies oder sowas. Sondern erstmal schön basic. Fliegenmade wäre eine Möglichkeit. Biskuit ist hier wieder was. Biskuit ist durchaus wieder was Süßliches. Haben wir auch eine schöne Basis. Und vielleicht gucken wir auch nochmal hier unten rein bei den Lebensmitteln. Wir könnten hier was Käsiges mit reinhauen. Wir können hier einfach mal ein Hühnerei mit reinhauen. Dann haben wir noch ein bisschen Eiweiß mit dabei. Und als vierten Zusatz. Warte mal, jetzt haben wir hier Mais. Süßlich, süßlich, süßlich. Haben wir nochmal ein bisschen was anderes. Vielleicht sogar nochmal in diese Eiweißrichtung. Zuckmücke. Wir könnten Fliegenlarven mitnehmen oder sowas. Einfach Paniermehl, Nussmischung wäre auch eine Möglichkeit. Ich glaube, ich nehme einfach Nuss oder Kürbis. Ich hatte früher immer mal gerne auch Kürbissamen mit drin. Auch für die Amure. Alter, wir nehmen Keks. Wir nehmen Keks. Das wird ja so ein richtiger krümeliger Keks mit dem Ei dabei und Biskuit da rein. Yummy, Alter. So, und dann bleiben wir da aber auch relativ neutral. Und entweder gehen wir so in... Ja, wobei Vanille ist schon sehr krass. Eigentlich wäre natürlich dann sowas wie ein Sonnenblumenöl äußerst neutral. Und dann nennen wir das erstmal hier süße Karpfen Nummer 1. Ein bisschen rumexperimentieren. Zack, anfertigen. So, schön zusammenpanschen das Ganze. Jawollski. Und dann, Alter, eskaliert es hier schon auf dem Maiskorn, Alter. Und auf der Kartoffel auch schon wieder. Äh. Kleine Amur, zwei Komma noch was. Hauptsache maßig. Passt. Jetzt müssen wir natürlich gleich gucken, wenn wir hier schon jetzt eine Futter-Mische auswerfen, haben wir natürlich dann auch einen Radius sozusagen. Das heißt, jetzt müssen wir dann doch in den Clip gehen. Ähm. Werfen da vorne hin. So. Und gehen dann aber auch mit allen drei Routen an diese Stelle. Denn wenn wir jetzt die Futter-Mische reinwerfen, haben wir ja 2,50 Meter Radius. Das ist mir schon fast zu weit, 10 Meter. Das ist mir schon zu weit. Das fliegt da bis nach da hinten. Ich hätte gern so ein bisschen näher. Gehen wir mal auf 8 Meter. Ja. Das ist so die Grenze. Dann sinkt das ja auch noch ein bisschen runter. Wobei wir sehen, auf 10 Meter, zack, sofort wieder Action. Hilft aber alles nichts. Wir müssen das ja so ein bisschen auch hier... So, 8 Meter ist auch okay. Jawohl. Schön so in diesem Zwischenbereich. Hat aber nicht gehakt. Da war irgendwas dran, was auf dem 1er-Haken nicht gehakt hat. Jetzt könnte man natürlich noch mal ein bisschen warten. Oder wir ziehen einfach rein. Abgeflutscht. Was hatten wir gesagt? 8 Meter. Und auch da vorne. So. Und jetzt haben wir hier vorne genau an dem Bereich quasi diese Seerose hier als Ziel. Suchen uns jetzt hier unsere süße Karpfen-Mische. Wo haben wir sie? Karpfen-Mische. Hier ist sie. Süße Karpfen Nummer 1. Und werfen dann natürlich aus. Man kann natürlich auch die Futter-Rakete verwenden. Es gibt ein extra Video dazu, wie man die Futter-Rakete verwendet. Guck mal, jetzt passt das ziemlich genau mit auf Halb. 2, 3, 4, 5, 6. So, eigentlich kann man sagen, 10 Stück. Ich werfe mal nochmal ein, zwei, einmal ein bisschen weiter, einmal ein bisschen so. Einmal ein bisschen links, einmal ein bisschen rechts. So, jetzt haben wir hier glaube ich 10 Stück drin. 6 Stück und dann einmal so in alle Richtungen noch einmal ein bisschen verteilt. Jetzt ist dieser Spot in diesem Bereich eigentlich aktiv. Und dann könnten wir, wenn es dann jetzt hier funktioniert, natürlich nach einiger Zeit auch wieder nachfüttern. Kartoffel ist gar nicht so süß, fällt mir ein. Jetzt sind wir hier sehr süß unterwegs. Vielleicht wäre hier sogar jetzt gleich der Honigteig nochmal besser, statt Kartoffel. Mais ist auch mit drin. Und jetzt heißt es einfach wieder warten und gucken, was passiert. Wenn das nicht funktioniert hat mit der Futtermische, durchaus auch nochmal eine andere Futtermische zusammenpanschen, rumprobieren. Und was natürlich auch immer gut ist, weil auch so simpel, sind eben diese ganz normalen Mischen. Hier diese Standardmischen, die man eigentlich als erstes mit herstellen kann. Dann die Karpfenmische, später dann die Graskarpfenmische, Babenmische natürlich. Auch sowas kann man reinwerfen. Ihr könnt genauso natürlich auch, wenn ihr noch nicht so weit seid, einfach mal die Giebel- und Karauschenmische reinschmeißen. Auch das Karpfenartige, ihr seid da ja nicht komplett verkehrt mit. Auch das halt durchaus möglich. Und dann einfach mal gucken, was da wieder geht. Kartoffel scheint trotz allem immer noch zu gehen. Ich würde sagen, das war es erstmal im Großen und Ganzen. Petrie, ihr Lümmels, spielt ein bisschen rum. Achtet auf die Basics. Heißt also, Wetter, Vorlieben der Fische sozusagen. Spielt mit den Ködern rum. Notiert euch vielleicht für euch selbst, vielleicht für euer kleines Angelbüchlein sozusagen. Alles klar, ich war an dem und dem Wetter, bei der Temperatur, mit dem Köder am erfolgreichsten. Quasi wie im Real Life. Bis zum nächsten Mal. Wenn dir das Ganze geholfen hat, gerne einen Daumen da lassen. Den Kanal abonnieren, wenn nicht schon längst geschehen. Natürlich auch die Glocke reinballern. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder im Livestream auf Twitch. Petrie. Tschüss. 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 Tschüss.